Ich lerne Deutsch. Nummer 10.514 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. In der Bibliothek gibt es eine Sammlung klassischer Gedichte. Wandern ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und die Schönheit der Welt um uns herum zu erleben. Wandern ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und die Schönheit der Welt um uns herum zu erleben. Mach etwas mit deinen Händen. Ob du malst, bastelst, töpferst oder strickst, du förderst deine Kreativität. Mach etwas mit deinen Händen. Mach etwas mit deinen Händen. Ob du malst, bastelst, töpferst oder strickst, du förderst deine Kreativität. Schokolade ist braun und hat einen süßen Geschmack. Schokolade ist braun und hat einen süßen Geschmack. Schokolade ist braun und hat einen süßen Geschmack. Sobald ich Musik höre, muss ich mich einfach dazu bewegen. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. Wir bieten Ihnen exklusive Einblicke in die Welt der Kunst. Wir bieten Ihnen exklusive Einblicke in die Welt der Kunst. Wir bieten Ihnen exklusive Einblicke in die Welt der Kunst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.